Moin! Im letzten Video haben wir den Tastkopf kennengelernt. Wenn ihr aber zum ersten Mal einen Tastkopf mit einem bestimmten Oszilloskop verbindet, müsst ihr noch etwas beachten. Und das zeige ich euch jetzt. Wenn man jetzt ein unbekanntes Oszilloskop für einen unbekannten Tastkopf verwenden möchte, dann muss man vorher sich einmal anschauen, ob der Tastkopf richtig kompensiert wurde. Die Kompensation kommt dadurch zustande, zwischen Tastkopf und Oszilloskop besteht ein Spannungsteilerverhältnis und dieser Tastkopf hat auch zum Beispiel durch die Zuleitung eine parasitäre Kapazität. Und der Eingang des Oszilloskops ist auch leicht kapazitiv. Und um das beides gegeneinander auszugleichen, muss man dann einmal schauen, ob die Kompensation stimmt. Und dafür hat der Tastkopf selber auch einen kleinen Trimmkondensator. Und jetzt zeige ich mal, woran man sieht, ob das richtig eingestellt ist. Wir haben hier auf der unteren rechten Ecke vom Oszilloskop zwei Anschlüsse extra für die Kompensation. Da kommt ein Rechteck-Spannungssignal raus mit einem Kilohertz Frequenz. Wir schließen jetzt hier an den Erdungsanschluss die Krokodilklemme an und an den oberen Anschluss den Tastkopf. Und jetzt kommen wir schon zum ersten Bedienelement. Wir sehen hier jetzt kein richtig stehendes Bild. Wir können uns das aber einfach machen und einfach mal den Autoset-Knopf drücken. Jetzt analysiert das Oszilloskop das Signal am Eingang und stellt sich auf gute Werte ein. Und jetzt sehen wir hier dieses Rechteck-Spannungsmuster. Und wenn es so aussieht, wirklich schöne, saubere Rechteck-Flanken, dann ist der Tastkopf korrekt kompensiert und wir müssen nichts mehr daran ändern. Sollte die Prüfspannung auf dem Oszilloskop-Bildschirm so aussehen, dann ist der Tastkopf nicht richtig kompensiert. Wenn es so aussieht, dass die Spitzen hier so über das Maximum hinausschießen, dann spricht man von einer Überkompensation. Und das Ganze kann man dann wieder beheben, indem man mit einem kleinen Schraubendreher hier am Anschluss des Tastkopfes den Trimmkondensator vorstellt. Und da sieht man, damit kriegt man diese kleinen Spitzen runtergedreht, bis wir dann bei einem sauberen Rechteck-Signal sind. Und jetzt ist alles korrekt für Messungen eingestellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017